Pädiatrie ist die Heilkunde von Kinder- und Jugendmedizin. Hier kümmern wir uns um alle Belange letzten Endes von dem Kind, was gerade geboren ist, bis hin zum Erwachsenenalter. Da gehört die Phase der Neugeborenen rein, da gehört die Kleinkindphase. Die Jugendlichen und fast Erwachsenen werden von uns medizinisch betreut. Untertitelung des ZDF, 2020